In der letzten Stunde haben wir uns angesehen, wie eine Theorie aussieht. Und sie sieht im Wesentlichen so aus. Das ist der Gegenstand, auf den sie unsere Theorie bezieht. Das ist das zeitspezifische Denken über einen Gegenstand, über Politik, Demokratie, Diktatur, gleich was. Häufig ist es wünschenswert, sich von den zeitgenössischen, jeweils vorherrschenden Denkweisen zu emanzipieren, weil die vielleicht auf eine bestimmte Perspektive eingerastet und vielleicht auch intellektuell eingerostet sind. Und dann macht man neue Theorien. Theorien bestehen aus Begriffen. Begriffe erfassen jeweils einen bestimmten Ausschnitt aus der Wirklichkeit in bestimmter Perspektive und Selektivität. Begriffe können nicht wahr oder falsch sein. Sie können bloß nützlicher oder weniger nützlich sein. Und in Theorien vermessen wir Teile der Wirklichkeit, die uns interessieren, eben durch verschiedene Begriffe, die wir bei der Vorbereitung, nämlich bei der Zurechtlegung des analytischen Werkzeugs in der Konzeptualisierungsphase, uns als forschungsleitende Theorie bereitlegen. Aus den Begriffen unserer Theorie formulieren wir empirische Aussagen in den verschiedenen Sorten, Beschreibungen, Erklärungen, Zusammenhangsaussagen über die Wirklichkeit. Und diese Aussagen, die wir formulieren, die sind natürlich wahrheitsfähig. Und die sollen auch wahr sein. Und wie man die Wahrheit von Aussagen beprüft, haben wir ausführlich behandelt. Eine gut aufgeräumte Theorie fasst dann die Aussagen in sich zusammen. Es gibt so sehr gegenstandsnahe Aussagen und abstraktere und noch abstraktere Aussagen. Und ziemlich abstrakte Aussagen, aus denen andere Aussagen einer Theorie logisch korrekt hervorgehen. So etwas nennt man Theoreme. Und eine gut organisierte Theorie besteht aus etlichen Theoremen, die sozusagen verdichtet den Aussagehalt einer Theorie beinhalten. Und wenn man es auf die Spitze treiben will, kann man die Theoreme noch einmal in einer abstrakteren Weise fassen, in Axiomen. Aber so weit muss man es nicht treiben. Dieses Gefüge aus Theoremen und empirischen Aussagen und Begriffen, das stellt dann schon eine Theorie dar. Hier etwa die Theorie A. Und es kann über einen Gegenstandsbereich oder für die Nachbarn des Gegenstandsbereichs auch noch andere Theorien geben, B und C. Und so kann man zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Wissenschaftsgebiet durch verschiedene Theorien abbilden, die einander bestätigen, miteinander verbündet und verbunden sind, die in Komplementaritäts- oder Teilmengenverhältnissen stehen. Und so ein Gefüge von Theorien, die gut passen, die als wahr gelten, anhand derer man denkt, so etwas nennt man eben ein Paradigma. Es gibt nun verschiedene Sorten von Theorien. Und wir wollen jetzt nur von empirischen Theorien sprechen und nicht noch von normativen Theorien. Es gibt gegenstandsspezifische Theorien, die sind sehr nahe an dem Gegenstand, etwa Theorien des Aufstiegs der NPD oder der AfD. Solche Theorien decken mit großer Präzision und mit meistens sehr gut operationalisierbaren, meist auch sehr gut operationalisierten Begriffen, einen relativ eng begrenzten Gegenstandsbereich ab. Zum Beispiel gibt es in der Politikwissenschaft die Theorien des Wahlverhaltens verschiedenster Provenienz. Und meistens brauchen solche gegenstandsspezifischen Theorien, weil sie nur kleine Teile der Wirklichkeit abbilden, immer dann, wenn man einen größeren Teil der Wirklichkeit verstehen will, von dem der Gegenstand einer Theorie ja eben nur ein Teil ist, dann brauchen solche gegenstandsspezifische Theorien sozusagen Anschlusstheorien. Wie geht es denn weiter vom Wahlverhalten zur Parteimitgliedschaft, zur Regierungsbildung? Das sind dann so die Nachbartheorien. Oder es gibt Rahmenteorien, größere Theorien, von denen eine gegenstandsspezifische Theorie dann eben die Teiltheorie eines Teilbereichs, des Gegenstandsbereichs einer solchen Theorie ist. Solche nächstkomplexeren, nächstabstrakteren Theorien nennt man Theorien mittlerer Reichweite. Die sind schon relativ abstrakt, aber noch so gegenstandsnah, dass man leicht sieht, worum es geht. Beispiel sind die Theorien der Funktionsweise von Wahlsystemen. Wie funktionieren Verhältniswahlsysteme, Mehrheitswahlsysteme, sonstige? Die haben schon einen größeren Gegenstandsbereich als die gegenstandsspezifischen Theorien. Etwa Theorien der Funktionslogik eines parlamentarischen Regierungssystems im Vergleich zur Funktionslogik eines präsidentiellen Regierungssystems. Und eben diese Theorien mittlerer Reichweite, die eignen sich sehr gut als Ergebnisrahmen oder als Verständnisrahmen oder als Ordnungsrahmen gegenstandsspezifischer Theorien. Und diese Theorien wiederum, die kann man, wenn man an einem noch größeren Segment der Wirklichkeit interessiert sind, in noch allgemeinere Theorien einbetten. Etwa in die Theorie des evolutorischen Institutionalismus. Solche allgemeinen Theorien decken sehr große Wirklichkeitsbereiche ab. Und je mehr ich abdecken will von der Wirklichkeit, umso abstrakter müssen meine Begriffe und meine Theoreme sein. Begriffe, die, weil sie abstrakt sind, dann eben in etlichen Operationalisierungsschritten heruntergebrochen werden auf Dinge, die man konkret beobachten kann, für die man konkret Indikatoren benennen kann. Also, es gibt dann Theorien des Gesellschaftswandels, die dann ihrerseits Theorien der Modernisierung, der Mobilisierung, der Demokratisierung und so weiter einbeschließen. Und diese allgemeinen Theorien stellen dann ihrerseits die Rahmentheorien auch für die Theorien mittlerer Reichweite dar, aber bezahlen für diese Leistung eben dadurch, dass sie sehr abstrakte Konzepte verwendern. Etwa hat der Evolutorische Institutionalismus als sein Rahmenkonzept, einen Begriff der Institution, der so abstrakt ist, dass er sagt, Institutionen sind Verfestigungen von Sozialarrangements durch symbolische Ausdruckgebung ihrer Leitideen. Na, das ist sehr allgemein und fasst eben vieles zusammen. Oder im Evolutorischen Institutionalismus wird die Frage, wie vollzieht sich denn der Wandel von Institutionen, so gegeben, dass gesagt wird, naja, das ist der allgemeine Evolutionsalgorithmus. Es gibt Innovation, Variation, das was variiert, durchläuft interne und externe Selektion. Und was überbleibt, das macht dann eben differenzielle Reproduktion, so dass sie populationsökologisch bestimmte Strukturen ausbreiten und die ökologische Nische eines evolvierenden Systems verändern. Das ist sehr schön abstrakt und auf den ersten Blick völlig unverständlich und wird erst dann verständlich, wenn man in so einen abstrakten Theorierahmen Theorien mittlerer Reichweite einbaut und in diese dann gegenstandsnahe Theorien einbaut. Das ist im Grunde so wie beim Weg von abstrakten Begriffen zu Beobachtungsbegriffen. Das sind Operationalisierungsketten und hier sind es einfach Einbettungsverhältnisse von Theorien. Manche abstrakte Theorien leisten nicht mehr, als dass sie einfach einen Begriffsrahmen anbieten, eine Taxonomie von Begriffen, weswegen sie dann auch taxonomische Theorien heißen. Nun, das ist im Grunde nichts anderes als eine Darstellung, wie man Theorien gliedern kann, und zwar aus guten Gründern. Die spannende Frage lautet aber irgendwann, ja, wie kommen denn Theorien überhaupt in die Welt? Und wie bildet man denn Theorien? Ist es vielleicht so, dass es große, bedeutende, meistens tote, weiße Männer gibt, die haben die Fähigkeit, Theorien zu bilden, und wir verdauen eben diese Theorien und verstehen sie und wenden sie an. In Wirklichkeit ist es etwas anders. Theoriebildung beginnt damit, dass man sein eigenes Alltagsdenken reflektiert und systematisiert. Etwa indem man zu einem Gegenstandsbereich sich überlegt, mit welchen Begriffen denke ich, welche Zusammenhänge sehe ich, welche Beziehungen zwischen Variablen oder Faktoren sehe ich. Also es beginnt Theoriebildung, Plump formuliert damit, dass man ein Pfeilmodell seiner Alltagstheorie aufschreibt. Die und die Variablen intervenieren, abhängen, Hintergrund, Pfeile dazwischen, Plus, Minus oder Ziffern dran. So systematisiert man seine Alltagstheorie und so fängt Theoriebildung an. Zweitens, und verbunden mit dem ersten, man kann basteln. Man denkt sich selbst etwas, man hat etwas gelesen, man liest etwas, man kommt auf Ideen. Man bastelt aus Denkfiguren, die man findet, aus Einsichten, die man gewinnt, einfach etwas zusammen. Achtung, es gehört zur intellektuellen Selbstverständlichkeit und zur intellektuellen Selbstständigkeit, dass man sich nicht sozusagen einem Theoretiker als seinem Diener anbiedert. Dass man sagt, ich bin ein Luhmannianer, ich denke anhand der Luhmannschen Begriffe nach. Ich bin ein Rawlsianer, ich denke anhand der Begriffen von Rawls Theorie über die Welt. Wieso denn? Rawls ist interessant, Luhmann ist interessant, Habermas ist interessant, auch Machiavelli und Thomas Hobbes sind interessant. Und was ich für meinen Forschungszweck brauche, das nehme ich aus diesen Theorien. Und bastle es so zusammen, dass ein Theorieansatz herauskommt, der mir bei meinen Forschungen hilft. Natürlich muss man immer das Ganze angeleitet von seiner Forschungsfrage machen. Was will ich herausfinden? Welche analytischen Betrachtungsweisen, welche Denkkategorien können mir hilfreich sein? Die muss man zusammen basteln. Der dritte Weg ist, dass man eine Theorie aus den Gegenständen, die man untersucht, aus den Daten, die man erhebt, unmittelbar ableitet. Das nennt sich gegenstandsbegründete Theoriebildung und erfreut sich immer größeren Zuspruchs. Eine Einführung hier zu machen, ist nicht die Zeit. Es gibt immer wieder Kurse über Grounded Theory, es gibt auch Lehrbüche über Grounded Theory. Das ist genau die Weise, wie man aus qualitativer Forschung neue inspirierende Theorien gewinnt. Und der vierte Weg nennt sich systematische Theorieforschung. Systematische Theorieforschung beginnt damit, dass man sich mit verfügbaren Theorien auseinandersetzt. Man schaut ihre Konstruktion an, baut sie auseinander, kritisiert sie, achtet auf ihre Blindstellen, auf ihre Schwächen. Man schaut auf ihre ungedeckten Behauptungen, auf ihre empirisch zumindest zweifelhaften Annahmen, auf logische Unstimmigkeiten und findet auf diese Weise Ansatzpunkte für die Verbesserung bestehender Theorien. Es gibt eine Wissenschaftlerhaltung, die ich als eine Haltung der Unterwürfigkeit bezeichne, die geht im Wesentlichen so. Wer bin ich denn, dass ich Platon kritisieren dürfte? Wer bin ich denn, dass ich in Frage stellen dürfte irgendeine Aussage von Habermas? Die Antwort lautet, man ist ein Intellektueller. Man ist jemand, der denken kann. Und folglich darf man alles in Frage stellen und kritisieren und hinterfragen und auseinandernehmen. Natürlich auch das Denken von toten, weißen Männern und von lebendigen Frauen natürlich auch. Zweiter Weg, um Theorien in die Welt zu setzen, ist, dass man verfügbare Theorien ausarbeitet. In vielen Theorien bleiben viele Aussagen implizit. Wir haben sozusagen einen Theoriekern, aus dem man das und das ableiten kann. Der Autor der Theorie hat das und das abgeleitet. Man könnte diese Theorie aber auch darauf anwenden und darauf anwenden und darauf anwenden. Man wendet Theorien auf neue Gegenstandsbereiche an. Oder das, was in der Theorie bloß angedacht ist, das denkt man zu Ende. Man expliziert bislang Implizites. Oder man entdeckt in Theorien Lückern. Dies und jenes ist von der Theorie nicht abgebildet, obwohl es zum Gegenstandsbereich gehört. Ja, und dann schließt man diese Lückern durch eigene Denkarbeit. Nahtlos geht das über in die kreative Weiterentwicklung von verfügbaren Theorien. Man sagt, also für meinen Zweck kann ich ganz wunderbar mit folgender Theorie arbeiten, aber so wie sie ist, passt sie nicht auf meinen Gegenstand. Da modifiziere ich das, da modifiziere ich jenes, da füge ich folgendes hinzu. Und so erarbeitet man sich selbst einen passenden Theorieansatz. Das ist ein nahtloser Übergang zum vorhin beschriebenen Basteln mit Theorien. Ein weiterer Weg besteht darin, dass man verfügbare Theorien auf intellektuellen Landkarten verortet. Das heißt, man überlegt sich oder man schaut nach, wo sind so die zentralen Kategorien der Theorien über den Staat von Machiavelli, Locke, Hobbes, Aristoteles, Platon, John Rawls, Luhmann und so weiter. Und dann schaut man, welche Gegenstände, welche Topoi werden von den einzelnen Theorien behandelt und wie kann ich die übersichtlich zusammenstellen. Im Endeffekt kommt man mit etwas heraus, wie in der Politikwissenschaft mit dem Mink-Schema. Ich muss anhand von Macht, Ideologie, Normen und Kommunikation über etwas nachdenken. Oder man kommt heraus, wie in der Soziologie, mit dem Agil-Schema. Wann immer ich Soziales zu kuren verstehen will, muss ich gucken, wie die sich an ihre wechselnde Umwelt anpassen, A, wie sie sich Ziele setzen und Ziele erreichen, G, wie sie sich zusammenhalten, I-Integration, wie sie ihre Baupläne, ihre zusammenhaltenden Muster reproduzieren und in Geltung halten, L-Funktion. Und dann kann man in dieses Agil-Schema ziemlich viele Theorien einbetten und in das Mink-Schema kann man ziemlich viele Theorien einbetten, die sich eben in Macht, Ideologie, Normen, Kommunikation usw. beschäftigen. Und wenn man solche Theorielandkarten im Kopf hat, dann kann man ziemlich schnell und ziemlich zielsicher auf die verfügbaren Theorien einer Wissenschaftsdisziplin zurückgreifen. Man kann verfügbare Theorien systematisch aufbereiten, indem man das, was dort verbal drinnen steht, in Pfeilmodelle oder in sonstigen Modelle umsetzt. Man kann sie auch mathematisieren, man kann das, was bislang lediglich verbale Aussagen sind, in mathematische Gleichungen übersetzen. Man kann die Schnittstellen zwischen Theorien kompatibel machen, denn häufig ist es so, dass die Theorie A einen bestimmten Begriffsapparat hat, die Theorie B einen anderen Begriffsapparat. Und dass in diesen Theorien es Begriffe gibt, die im Grunde das gleiche meinen, aber aus unterschiedlicher Perspektive. Und ich könnte beide Theorien verwenden, wenn ich die Schnittstelle kultivieren würde, wenn ich hier sozusagen ein Stecker fände, an dem ich die Theorien zusammen basteln kann. Das nennt sich Ausarbeitung von Schnittstellentheorien. Das nennt sich Übersetzbarmachen von verschiedenen Theorien. Ja, und dann kann man verfügbare Theorien auf diese Weise systematisch vernetzen. Und indem man das alles macht und ein wenig für Theoriearbeit begabt ist, kann man überhaupt ganz neue Theorien deduktiv aus dem verfügbaren ableiten. Und wichtig ist mehr und mehr auf verschiedenen Forschungsgebieten, dass man eben substanzielle Theorien auch mathematisch formuliert. Das nennt sich dann Positive Political Theory. Und da gibt es dann mathematisierte Theorie über Koalitionsbildungen, Abstimmungsverhalten, Fraktionsdisziplin, Generierung und so weiter. Und das ist dann schön die Schnittstelle hinein zur politischen Institutionenökonomie, weil Wirtschaftswissenschaftler ohnehin darauf stehen, alles in irgendwelche Gleichungssysteme fassen zu können. Wir können auch vieles in Gleichungssysteme fassen und für manche Zwecke ist das sogar sehr hilfreich. So, das sind die Wege, wie man zu Theorien kommt und wie die Theorien, die es gibt, in die Welt gekommen sind. Grounded Theory, da fängt Theoriebildung an, genauso wie durch Reflexion des eigenen Alltagsdenkerns. Das nennt sich induktive Theoriebildung. Da entsteht wirklich Neues. Bei der Theorieforschung, beim Basteln, beim Systematisieren, da geht man deduktiv vor. Da wird einfach Bestehendes immer weiterentwickelt. Und auf genau dem Weg, der hier aufgeführt ist, emanzipiert man sich vom Alltagsdenkern. Am Anfang revidiert und systematisiert man das eigene Denken, bastelt Dinge zusammen, die man kennt. Dann springt man hinein in die qualitative Forschung, baut ausgehend von Daten, die man erhebt, überhaupt neue Theorien, die es bislang noch nicht gab. Und dann oder stattdessen, je nachdem, kann man die verfügbaren Theorien systematisch weiter ausarbeiten. So kommen Theorien in die Welt. Schön. Aber was haben wir denn davon, dass es Theorien gibt? Ja, eigentlich noch nicht so furchtbar viel. Das haben wir zwar Denkweisen, aber die spannende Frage lautet ja, welche Denkweisen stimmen denn? Welche erlauben uns eine Orientierung in der Welt? Eine Diagnose von echten Problemen, die zu anschlagenden Therapien führt? Wie also überprüfe ich Theorien und wie korrigiere ich Theorien? Und die Grundgedanken sind im Grunde ganz einfach. Und das Schöne ist, dass die Forschungspraxis dem auch weitgehend entspricht. Wenn ich Theorien überprüfen und korrigieren will, besteht der erste Arbeitsschritt darin, dass man die zu überprüfenden Theorien so klar formuliert, dass man präzis erkennen kann, was denn diese Theorie tatsächlich behauptet über die Wirklichkeit. Und dann kann ich genau die Daten erheben, die es mir erlauben, nachzusehen, ob die Behauptungen der Theorie mit den Tatsachen übereinstimmen. Und dann sehe ich, was stimmt und was nicht stimmt und verbessere nötigenfalls die Theorie. Das ist also der zweite Schritt. Es wird durch geeignete Datenerhebung und Datenanalyse festgestellt, wie dann die empirischen Referenten der zu testenden Theorie tatsächlich beschaffen sind. Tja, es hat meine Daten erhoben und jetzt verdichte ich die Ergebnisse durch die Datenanalyse und vergleiche die über die Datenanalyse verdichteten, etwa in statistischen Kennziffern verdichteten, empirischen Ergebnisse mit den Aussagen der Theorie, mit den zu überprüfenden Hypothesen. Und dann sehe ich ja, welche Hypothesen bestätigt worden sind und welche anderen widerlegt worden sind, wie wir es in der Stunde über Verifikation und Falsifikation behandelt haben. Jetzt kommt der nächste und entscheidende Schritt. Wir haben ja schon ausführlich davon gesprochen, was die Funktion der Überprüfung von Aussagen gefügeln auf logische Wahrheit ist. Wenn ich aus einer Aussage, aus einer abstrakten Aussage, ohne Fehler etwas folgere, dann wird der Wahrheitsgehalt der abstrakteren Aussage auf die konkrete Aussage übertragen. Wenn ich daraus wieder logisch korrekt, ohne Denkfehler etwas folgere und weiter folgere, bis ich zu ganz präzisen empirischen Aussagen komme, die ich sozusagen unmittelbar mit ihrem empirischen Referenten überprüfen kann, wenn ich also keinen einzigen Denkfehler gemacht habe und entdecke, Himmel, diese Aussage stimmt doch mit den Tatsachen gar nicht überein. Was erkenne ich dann? Dann muss das, was an dieser Aussage falsch ist, bei den ganzen abstrakten Aussagen, aus denen ich meine konkrete empirisch falsche Aussage logisch korrekt abgeleitet habe, dann muss da vorne auch schon etwas falsch sein. Das heißt, ich kann den empirischen Fehler zurückverfolgern bis hin zu jener allgemeinsten Aussage, aus der logisch korrekt etwas empirisch Falsches gefolgert worden ist. Und folglich besteht meine Aufgabe darin, ausfindig zu machen, welche von meinen abstrakten Aussagen wo falsch war. Und den muss ich dann so umformulieren, dass wenn ich diesen ganzen Weg wieder zu meinen empirisch konkreten Aussagen heruntergehe, dass jetzt logisch korrekt nur mehr solche Dinge gefolgert werden, die nach meinem jetzigen Wissensstand mit den Tatsachen übereinstimmen. Und Sie merken, warum die Erfordernis logischer Korrektheit so zentral ist? Wenn wir nicht logisch korrekte Schlussfolgerungen machen, wenn wir keine logisch korrekten Aussagengefüge haben, dann habe ich keine Ahnung, wo denn der Fehler sitzt bei meiner Theorie, wenn sie unten empirisch falsch ist. Logische Korrektheit verbirgt, dass ich die Fehlerquelle meines empirischen Irrtums in der Theorie entdecke. Und diese Fehlerquelle, dieses falsche Theorem, dieses falsche Axiom, das muss ich dann eben korrigieren. Das heißt, alle in diesem zweistimmigen Überprüfungsprozess, ich überprüfe konkrete empirische Aussagen und ich überprüfe, wo falsche Aussagen abgeleitet worden sind und was folglich bei den allgemeineren Aussagen seinerseits empirisch falsch sein muss, alle die in diesem zweistufenen Überprüfungsschritt als falsch nachgewiesenen Aussagen werden dann verändert in der Weise, dass die dann reformulierte Theorie im jetzigen Kenntnisstand mit den Tatsachen übereinstimmt. Das heißt, die Überprüfung von Theorien inkludiert wie immer zwei Sachen, einmal die Theoriearbeit, man muss schon denken und mit Theorien arbeiten können, und empirische Arbeit. Und das, was ich seit Beginn des Semesters unentwegt sage, zeigt sich wieder einmal, beim Forschen geht Theoriearbeit und empirische Arbeit Hand in Hand. Nur jener, der ein guter Empiriker ist, kann theoretischen Fortschritt erbringen. Und nur jemand, der ein guter Theoretiker ist, kann empirisch mehr machen, als immer mehr Beschreibungen von immer nebensächlicheren Fakten zusammenzutragen. Wenn das klar ist, lautet aber die Anschlussfrage, ja, wie mache ich es denn nun genau? Wie vergleiche ich nun genau eine theoretische Aussage mit einem empirischen Befund? Tja, das eine wissen wir schon, die zu prüfende Aussage, in unserem Fachjargon Hypothese genannt. Die zu prüfende Hypothese muss so klar formuliert sein, dass man sich präzis vorstellen kann, was für Befunde zu erwarten sind, falls die Hypothese stimmt. Das ist der Zweck des Formulierens von Hypothesen. Wir überlegen uns, was muss verdammt noch mal in der Wirklichkeit zu beobachten sein, wenn meine Theorie stimmt. Die erhobenen Daten werden dann durch die geeigneten Methoden der Datenanalyse, Statistik und so weiter so aufbereitet und dargestellt, dass völlig klar erkennbar wird, was diese Daten im Licht der zu überprüfenden Hypothese über ihren empirischen Referenten besagen. Wie macht man das? Wenn eine Aussage etwa über das Selbstverständnis von Abgeordneten anhand von Interviewdaten überprüft wird, wo man die Abgeordneten gefragt hat, wie schaut das Amt des Abgeordneten aus, was sind die wichtigsten Dinge, die ein Abgeordneter tun sollte, dann kriege ich jede Menge von Text, dann kann ich verschriftlichen und ich kann die für die einzelnen Passagen und die einzelnen Dimensionen des Amtsverständnisses relevanten Passagen zusammenstellen. Und wenn die zusammengestellten Textpassagen genau das widerspiegeln, was meine forschungsleitende Theorie mir über das Amtsverständnis von Abgeordneten gesagt hat, perfekt, dann stimmt wohl meine Theorie. Und wenn mir die Abgeordneten über ihr Amtsverständnis etwas ganz anderes sagen, als ich vermutet habe, ja, dann stimmt meine Theorie wahrscheinlich nicht. Und so kann man auch Bilddaten aufbereiten. Man berechnet und vergleicht statistische Maßzahlen. Meine Theorie sagt, in den Staaten mit dem und dem Wirtschaftssystem sind die Leute reicher als in Staaten mit dem und dem Wirtschaftssystem. Ja, da muss man das messbar machen, man muss dann halt die Mittelwerte oder sonstige Indikatorwerte vergleichen. Oder meine Theorie sagt, zwischen dem und dem besteht ein Zusammenhang. Überall dort, wo fortschrittliche Parteien regieren, gibt es keinen Rechtspopulismus. Na ja, da muss man schauen, wo regieren fortschrittliche Parteien, wie groß sind die rechtspopulistischen Parteien, da kann man Korrelationskoeffizienten berechnen. Und wenn der Korrelationskoeffizient zwischen sozialdemokratischer oder fortschrittlicher Regierung und Stärke von rechtspopulistischen Parteien bei Minus 0,80 liegt, wird dann Stimmenscheinstehypothese. Liegt er bei Plus Punkt 80, ja, dann stimmt sie ganz gewiss nicht. Man kann, wenn man multivariate Statistik verwendet, eine Hypothese folgende Art überprüfen, in meinem Untersuchungspopulationen gibt es drei Gruppen von Menschen, die kennzeichnen sich durch folgende Merkmale, die erhebe ich, durch die Datenerhebung geeignet, und da kann ich eine Clusteranalyse machen. Und wenn die Clusteranalyse mir genau drei Cluster von Untersuchungspersonen liefert, die genau die Eigenschaften haben, die meine Theorie sagt, ja, dann stimmt meine Theorie wahrscheinlich. Kriege ich ganz andere Cluster, dann stimmt schon irgendwas nicht mit meiner Theorie, wenn ich methodisch sauber gearbeitet habe. Ja, und ansonsten wendet man eben die hermeneutische Methode an, man denkt nach, was bedeuten die Daten im Licht der zu überprüfenden Theorie, was wird von der Theorie bestätigt, was wird widerlegt. Ja, das ist eigentlich ganz einfach, aber es wird nur dann anschaulich, wenn es Beispiele gibt und darum gehen wir für diese Fälle Beispiele durch. Wie schaut es aus, wenn wir eine Hypothese mit qualitativen Interviewdaten vergleichen? Meine Hypothese lautet, aufgrund meiner forschungsleitenden Theorie, die Abgeordneten werden ihr Amt dahingehend auffassen, dass sie Wünsche der Bürger immer dann nicht erfüllen sollten, wenn sie, die Abgeordneten zum Urteil gelangt sind. Genau das nicht Befolgen aktueller Bürgerwünsche läge in ihrem langfristigen Interesse. Also, der Wunsch der Bürger, die Steuern möglichst gesenkt und die staatlichen Transfereinkommen möglichst erhöht zu bekommen, erfüllen wir nicht, weil wir glauben, dass die Bürger besser dran sind, wenn der Staat nicht an Staatsverschuldung krepiert. Das ist meine Hypothese. Abgeordnete fassen Amt so auf, dass sie Bürgerwünsche, die sie als unsinnig erachten, nicht folgen. So, wie teste ich jetzt diese Hypothese? Naja, ich mache einen Fragebogen, sei es für ein standardisiertes Interview, sei es für ein offenes Interview, in unserem Fall machen wir ein offenes Interview, ein wenig strukturiertes und wir fragen Abgeordnete danach, wie man sich als Abgeordneter verhalten sollte bei Entscheidungskonflikten zwischen den eigenen Überzeugungen und den Bürgerwünschen. Was soll man da tun? Und da zählt der eine das, der andere jenes und ich mache meinetwegen mit 50 Abgeordneten entsprechende Interviews und sie erzählen mir, was sie glauben, wie man sich da verhalten sollte. Wenn meine Theorie stimmt, dann erwarte ich aus meinen Interviews, dass ich dort ziemlich viele Interviewpassagen finde, in denen die Abgeordneten genau jene Position vertreten, von der ich glaube, dass sie stimmt. Also von der ich glaube, dass die Abgeordneten sie nach ihrem Amtsverständnis vertreten. Wenn keiner etwas Entsprechendes erzählt, dann wird das, obwohl ich, wenn keiner was erzählt, obwohl ich ausdrücklich danach gefragt habe, dann wird wohl dieser Aspekt des Amtsverständnisses keine besondere Rolle spielen. Wie bereite ich meine Daten auf, Interviewdaten, die ich verschriftlicht habe? Ich werde alle Interviewpassagen zusammenstellen, in denen, natürlich mit standardisierten Schriftgröße und Zeilenabstand und so weiter, ich werde alle Interviewpassagen zusammenstellen, in denen von den Abgeordneten genau diese Position, wie man sich bei Konflikten zwischen eigener Überzeugung und Bürgerwünschen verhalten sollte, dargestellt worden ist. Und da würde ich mal nachgucken, wie viel Prozent sämtlicher entsprechend inhaltsanalytisch segmentierten Textpassagen zu den Zügen des Amtsverständnisses der Abgeordneten genau auf die Position entfallen. Im Zweifelsfall richte ich mich nach dem, was ich für richtig halte, wenn ich meine, dass das, was die Bürger wünschen, ihren langfristigen Interessen zu widerlaufen. Wenn ich genau das stark, dicht, oft im Material finde, werde ich wahrscheinlich mich in meiner Einschätzung des Amtsverständnisses von Abgeordneten in dieser Dimension nicht allzu sehr getäuscht haben. Ja, und dann kann ich mir überlegen, wie drücke ich die Häufigkeit aus, soll es der Prozentanteil überhaupt der Textpassagen sein oder soll es der Prozentanteil der Abgeordneten sein, die diese Position vertreten. Also angenommen, in all meinen Interviewpassagen entfallen 80 Prozent auf die Wiedergabe dieser Position und von meinen 100 befragten Abgeordneten vertreten 95 genau diese Position, dann werde ich sagen, ja, die Hypothese stimmt. Es gibt zwar einige Unschärfen und so weiter, aber im Wesentlichen, ja, mehr als im Wesentlichen stimmt das. Ich erwarte also, meine, ich vergleiche also meine Erwartung mit den Befunden und die Entscheidungsregel ist klar, falls sehr viele Abgeordneten diese Position vertreten oder sich diese Position in einem überzählig, überzufällig großen Prozentanteil der segmentierten Textpassagen findet, ja, dann gilt diese Hypothese als bekräftigt und andernfalls als widerlegt. Und wenn die Hypothese widerlegt ist, dann müssen alle theoretischen Aussagen mit des Amtsverständnisses von Abgeordneten, aus denen sich genau diese Hypothese logisch korrekt ergeben hat, dann müssen die auch falsch sein zu einem bestimmten Grad. Und alle Aussagen, aus denen ich diese Aussagen abgeleitet habe, müssen auch falsch sein. Und da muss sie mich ans Umformulieren machen. So, soviel dazu. Beispiel zwei. Vergleich einer theoretischen Aussage mit quantitativen Indikatoren zu ihrem empirischen Referenten. Na, was heißt das in der Praxis? Na, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt ein ganz wichtiges Theorem, das im Marxismus und dann vor 50 Jahren in der Studentenrevolution eine nicht unwichtige Rolle spielte und das Theorem lautet, abgeleitet aus der marxistischen politischen Ökonomie. Die Vergesellschaftung der Produktionsmittel steigert die gesellschaftliche Produktivität und vermehrt den gesellschaftlichen Reichtum über jenes Maß hinaus, das in Gesellschaften mit einem Privateigentum an Produktionsmitteln möglich ist. Dort kommt es zur Verelendung und deswegen zur Revolution. Sobald die Produktionsmittel vergesellschaftet ist, gibt es keine eigensüchtigen Kapitalisten mehr, die den Mehrwert einstreichen. Der gesellschaftliche Reichtum kommt den Produzenten des Reichtums zugute und in diesen Gesellschaften entfesseln sich die Produktivkräfte und man hat eine wirklich reiche Gesellschaft. Das ist das zentrale Theorem. Das muss jetzt konkretisiert werden, das ist ja sehr allgemein, das muss man irgendwie auf Wirklichkeit beziehen, durch eine überprüfbare empirische Aussage und die daraus abzuleitende empirische Aussage kann dann lauten, wird wohl lauten müssen, in einem Staat mit vergesellschafteten Produktionsmitteln wird man größeren gesellschaftlichen Reichtum vorfinden, als in Staaten mit Privateigentum an Produktionsmitteln. Wenn dieses abstrakte Theorem stimmt, dann muss diese konkrete Aussage offenbar auch stimmen. So, jetzt muss ich natürlich die zentralen Begriffe operationalisieren. Was soll gesellschaftlicher Reichtum heißen? Das ist ein theoretischer Begriff, den ich über teilweise empirisch interpretierbare Begriffe, auf Beobachtungsbegriffe, also auf konkrete messbare Indikatoren runterbrechen kann. Natürlich muss Validität gegeben sein. Es müssen die Indikatoren genau das messen, was gemäß meiner Theorie eben zu überprüfen, zu messen ist. Und es kann dann unter anderem so aussehen, das ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, ich kann sagen, gesellschaftlicher Reichtum wird fassbar in der Höhe des verfügbaren und auch in realen kaufkraft umsetzbaren Einkommens der Bürger. Haben wir ein hohes, in kaufkraft umsetzbares Einkommen, dann ist diese Gesellschaft reicher, als dort, wo es nur ein geringes und nicht in kaufkraft umsetzbares Einkommen gibt. Oder, ich kann sagen, ja, das eine ist sozusagen, das Objektive, aber wichtig ist auch das Bewusstsein der Leute, also, wie schaut es aus, mit dem subjektiven Empfinden der Bürger in einer reichen Gesellschaft zu leben. Die Vermutung ist, wenn die Bürger den Eindruck haben, ja, wir sind eine reiche Gesellschaft, dann dürfte die Gesellschaft wahrscheinlich wirklich reicher sein, als wenn alle Bürger sagen, um Gottes Willen, wir krebsen allesamt am Existenzminimum dahin. Man könnte auch auf objektive Indikatoren schauen, wie Modernität der öffentlichen Infrastruktur, Leistungsfähigkeit von Verkehr, Gesundheit, Schulern, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit, erreichte Bildungsgrade und so weiter, könnte man da nehmen, oder Finanzierungsspielräume im Staatshaushalt. Können sich, welcher Staat kann sich wie viel leisten? Das sind einige Möglichkeiten, wie ich mein theoretisches Konzept in etwas Messbares übersetzen kann. So, deshalb muss man überlegen, was sind denn Staaten mit vergesellschafteten Produktionsmitteln, also solche, die in Staatseigentum oder Gemeineigentum überführt worden sind und solche mit privatem Eigentum, dann sollten diese Staaten, die man aussucht, ja halbwegs in ähnlichen Größenordnungen spielen und deswegen oder darin vergleichbar sein und klassischerweise hat man dann lange Zeit die Sowjetunion mit den USA und die DDR mit der BRD verglichen. In denen in den sozialistischen Staaten waren die Produktionsmittel vergesellschaftet, in den kapitalistischen waren sie in Privatbesitz weitgehend. Details interessieren hier nicht. So, dann erhebe ich Daten und ich gehe davon aus, ich kriege die ganzen Daten unverzerrt und richtig, was bei diesem Beispiel nicht ganz so ist, die Statistiken der sozialistischen Staaten waren, um es milde zu sagen, nicht immer ganz valide. Wir unterstellen jetzt, wir können über alles das Objektive nach allen Regeln der Kunst valide Daten erheben. Dann erhebe ich die Daten und berechne anhand von geeigneten statistischen Kennziffern, also Indikatorwerten, wirken zur Massenkaufkraft, zum subjektiven Reichstumsempfinden, zu Haushaltsspielräumen, eben das, was in den Staaten der Fall ist. Und das kann ich jetzt vergleichen. Ich muss also feststellen, ob die Indikatorenwerte der realsozialistischen Staaten mit vergesellschafteten Produktionsmitteln oberhalb oder unterhalb oder gleichauf mit den Indikatorwerten der kapitalistischen Staaten liegen. Falls die Indikatorwerte der realsozialistischen Staaten jeweils oberhalb oder überwiegend oberhalb der Indikatorwerte der kapitalistischen Staaten liegen, dann stimmt offenkundig dieses Theorem. Wenn die entsprechenden Indikatorwerte der sozialistischen Staaten alle enthalten oder überwiegend unterhalb der Indikatorwerte der kapitalistischen Staaten liegen, dann stimmt offenkundig dieses Theorem nicht. Und den Vergleich führt man dann durch. Und anhand des Vergleichs kann man dann zurückschließen, ob denn jene allgemeinen Aussagen, aus denen sich logisch korrekt ergeben hat, dass ich gesellschaftlichen Reichtum so und so haben müsste, wenn, dann müssen diese allgemeineren Aussagen falsch sein. Wenn die empirische Prüfung genau das zeigt, was die theoretische Aussage vorher sagt, dann kann man die Theorie erst bekräftigt ansehen. So geht das. Drittes Beispiel, Vergleich einer komplexen theoretischen Kausalhypothese mit empirischen Befundern. Also wir waren jetzt ganz fleißig, wir haben eine sehr sorgfältige komplexe forschungsleitende Theorie gemacht, wir haben x erklärt, was immer das ist, gesellschaftlicher Reichtum, Aufkommen rechtspopulistischer Parteien, was immer x sein mag, wir haben unsere forschungsleitende Theorie durch Basteln aus anderen Theorien, durch zur Kenntnis Namen des Forschungsstandes, durch eigenes Nachdenken, wo immer herkommend, wir haben unsere forschungsleitende Theorie in ein vorbildliches Pfeilmodell übersetzt. X, das wollen wir erklären, sagen wir mal Aufkommen von Rechtspopulismus, als wir unsere Theorie mit den analytischen Kategorien aufgeschrieben haben, kam er drauf, es braucht da die Variable D und die wird sehr stark auf die Variable X einwirken, wir haben die Variable E, die wirkt auch, aber nicht ganz so stark auf die Variable X, Aufkommen von Rechtspopulismus ein, wir haben im Hintergrund die Variable A, die wirkt ganz sanft auf das Ausmaß der Variable D ein, aber die wirkt negativ auf die abhängige Variable, Aufkommen von Rechtspopulismus ein, wir haben die Hintergrundvariable B, die hat einen positiven Einfluss auf die Variable E, wir haben die Variable C, die hat einen leicht negativen Einfluss auf die Variable E und so weiter und so fort. Alles, was wir uns zusammendenken, haben wir präzis aufgeschrieben und auf diese Weise überprüfbar gemacht. Dann haben wir uns überlegt, wie erhebe ich die geeigneten Daten, Indikatorwerte, Befragung, was auch immer, also haben wir einen anständigen Datenerhebungsplan gemacht, einen anständigen Datenanalyseplan, der am Schluss auf Strukturgleichungsmodelle, auf Regressionsanalysen, auf Pfadanalysen hinausläuft und am Schluss dieser Studien, wo wir dann die Beziehungen zwischen einzelnen Variablen aus den Daten errechnet haben, immer unter Weckrechnung der Einflüsse von anderen Variablen, am Schluss landen wir mit einem Pfadmodell. Ein Pfadmodell sieht exakt so aus wie ein Pfeilmodell, der Unterschied ist der, dass beim Pfeilmodell die eingetragenen Ziffern unsere theoretischen Annahmen sind. Wo wir das, was uns Denken ausdrücken, das kann richtig sein, aber auch falsch sein. Und um rauszukriegen, ob uns Denken stimmt oder nicht, machen wir ja unsere empirische Studie. Die im Pfadmodell eingetragenen Ziffern, die sind keine hypothetischen Schätzungen mehr, sondern empirische Befunde, die wir in den Daten anhand von Regressionsanalügen vereinfacht gesagt gewonnen haben. Und wenn wir richtig gearbeitet haben, haben wir eine unverzerrte, aussagekräftige Stichprobe, haben wir mit validen Erhebungsinstrumenten mit perfekter Reliabilität genau die einschlägigen Daten erhoben und statistisch korrekt bearbeitet. Das unterstellen wir alles und dann schauen wir drauf, was rauskommt. Aha, das kommt raus und jetzt machen wir uns voller Neugier an den Vergleich. Ach Gott, wir haben geglaubt, das ist ein, naja, halbwegs gegebener negativer Zusammenhang. In Wirklichkeit ist das ein relativ starker positiver Zusammenhang. Oh oh. Huh, das hat unsere Theorie überhaupt nicht vorgesehen, dass es einen Zusammenhang gibt. In Wirklichkeit bewirkt B doch ziemlich stark C. Was ist da passiert? Na gut, immerhin die Richtung haben wir richtig geschätzt, aber das ist in Wirklichkeit lange nicht so stark, wie wir geglaubt haben. So geht man das Ganze durch. und stellt fest, wo man sich getäuscht hat. Das Rechte ist die Wirklichkeit. Methodisch korrekt erhoben. Das Linke sind unsere Gedanken. Sodass dann natürlich die Frage lautet, wieso kommen wir falsche Gedanken? Was war in unseren allgemeineren theoretischen Vorannahmen falsch, dass wir zu so falschen Einschätzungen des von uns zu erkennenden Wirkungsgefüges gelangt sind? Das heißt, anhand von solchen Befunden des Vergleichs von Pfeilmodellen mit Pfadmodellen verbessern wir unsere Theorie. Und Sie sehen an der Stelle wiederum, warum es sich sehr lohnt, viel Mühe darauf zu verwenden, seine forschungsleitende Theorie, seine Vortheorie, in ein präzises Pfeilmodell zu bringen. Denn wenn wir präzise unsere Theorie aufschreiben, haben wir auch die Chance, präzise von der Wirklichkeit belehrt zu werden. Und das ist der Zweck des Forschens. Der Zweck des Forschens ist nicht, dass man beweist, dass man Recht hat. Der Zweck des Forschens ist, dass man klüger wird. So, soviel zu den Regeln. Wie schaut es nun in der Praxis aus? Die gute Nachricht ist die wesentliche und sie lautet, oft wird genau so verfahren, wie ich es beschrieben habe. Das ist tatsächlich die Standardverfahrensweise und hier ist Wissenschaft weitgehend intakt und integer. Es gibt aber einige Abweichungstypen von unterschiedlicher Akzeptabilität. Abweichungstyp Nummer eins kann man nennen Pragmatik. Aus einer Theorie habe ich was abgeleitet und von den vielen Sachen, die man ableiten kann, stimmt halt eine Ableitung nicht. Muss jetzt die ganze Theorie umbauen. Vielleicht gibt es ja gute Gründe, warum etwas Bestimmtes nicht so ist wie in der Wirklichkeit. Eine hier wichtige Denkfigur hat ein Popper-Schüler namens Lakatosch in die Welt gesetzt. Er sagt, bei komplexen Theorien ist es so, die haben sozusagen einen abstrakten Theoriekern und um diesen abstrakten Theoriekern herum lagen sich immer konkretere Theorien an, so wie ein Gürtel, der den abstrakten Theoriekern umgibt. Das ist so, wie wenn man abstrakte Begriffe in Beobachtungsbegriffe übersetzt. Und wenn bei dem Gürtel von konkreten Theorien die ein oder andere nicht ganz so stimmt, naja, dann gibt es wahrscheinlich gute Gründe, vielleicht ist die Theorie über ihren sinnvollen Anwendungsbereich hinaus verallgemeinert worden. Dann streichen wir halt das weg, dafür haut sie nicht hin. Aber der Rest kann bestehen bleiben. Das heißt, man verändert eben das, was verändert werden muss, aber wenn es nicht den Kern der Theorie betrifft, dann ist es halt so. Obendrein kann es ja sein, dass die empirischen Befunde, die der Theorie widersprechen, die man bislang für wahre empfunden hat, nicht über alle Zweifel erhaben sind. Hat der Kollege, der meine Theorie meint, widerlegen zu können, denn eine repräsentative Stichprobe gezogen? Hat er die richtigen Fragen gestellt bei den Interviews? Kannt er überhaupt Statistik? Hat er nicht lauter Fehler gemacht, weil er mich nicht mag? Oder aus sonstigen Gründern? Also es kann ja sein, dass die Widerlegung gar keine ist. Und hier zeigt der Blick auf die Forschungspraxis, dass das, was einmal eingebürgert und eingeführt ist, als ein Paradigma darstellt, so wie Wissenschaftler einer Generation im Denken, dass das eine gigantische Beharrungskraft hat. Bevor Wissenschaftler Neudenken, müssen jene, die die etablierten Theorien vertreten, pensioniert worden sein und die nachrückende Generation, die von diszentierenden akademischen Lehrern erzogen worden ist, die rücken auf die Lehrstühle in der Redaktion in der Fachzeitschriften und dann hat man zehn Jahre später ganz andere Selbstverständlichkeiten. Es gibt den Abweichungstyp Nummer zwei, Schlamperei. Eine Theorie wird gar nicht systematisch und ernsthaft und empirisch geprüft. Man macht einen Finger nass, hält ihn in Luft und sagt, naja, könnte stimmen oder nicht. oder man macht keine fehlerkorrigierende Theoriearbeit, naja, da gibt es ein paar Aufsätze, die sagen, es sei anders, ja mein Gott, da schreibt halt der und der, wer ist denn da schon, der ist ja noch nicht einmal habilitiert, der ist ja bloß Privatdozent, der hat bloß eine W2-Stelle, wie kann der die Theorie eines Inhabers eines Lehrstuhls irgendwie widerlegen, geht doch gar nicht. Also, das ist irgendwas zwischen schlampig und autoritär und damit sind wir schon beim Abweichungstyp Nummer drei, Immunisierung, man wünscht gar nicht, dass eine bestimmte Theorie in Zweifel gezogen wird. In der DDR waren manche Forschungen, empirische Forschung, einfach unerwünscht, etwa zum Grad der Umweltverschmutzung in der DDR. Denn eigentlich müsste die Vergesellschaftung der Produktionsmittel dazu führen, dass, weil er die Produktionsmittel dem Volk gehören, bloß so produziert wird, dass dem Volk kein Nachteil entsteht. Umweltverschmutzung kommt erlediglich aus kapitalistischen Kapitalverwertungsinteressen. Dort, wo es keine kapitalistischen Kapitalverwertungsinteressen gibt, kann man hohe Umweltstandards einhalten im Dienst der Gesamtheit. Folglich kann es in einem sozialistischen Staat keine erheblichen Umweltprobleme geben. Aha. Der Augenschein in der DDR war etwas anders. Und die Dokumentation von Umweltschäden wurde unterbunden, um es milder zu sagen, manche Leute landeten in den Klauen des Staatssicherheitsdienstes. Es wird Forschung unterbunden, deren Ergebnisse man nicht will. Oder man ignoriert einfach Ergebnisse der Forschung, weil sie einem nicht in ein Kram passen. So ist es dem Alfred Wegener gegangen, als er seine Theorie der Kontinentaldrift vortrug. Das wollten die Kollegen nicht hören. Sagt, mein Gott, das ist ja kindisch. Bloß aus den Küstenlinien der Kontinente schließt du, dass die irgendwann mal beieinander waren. Wie kleinkindartig denkst du denn? Das ist ja sozusagen lediglich ein Papierpuzzle. Da schneidest du dir zurecht und dann soll plötzlich Spitzbergen früher mal da untern am Südpol gewesen sein. Ja, wie denn? Tatsächlich konnte der Wegener nicht erklären, wie das geht, weil damals die Idee oder die Theorie des unterirdischen Vulkanismus, der die Erdplatten antreibt, durch Konvektionen von Magma, die gab es damals noch nicht. Folglich tat es sich schwer zu erklären, was denn die Kontinente zum Driften bringt. Folglich haben die Sache gesagt, das ist wahrscheinlich alles Unsinn. So läuft nun mal Wissenschaft. So, es gibt verschiedene Ursachen, Pragmatik, ja, die Ursachen sind Konservatismus, könnte jeder kommen, was Neues denken kann, wir müssten umlernen, Verlust von Neugier, ich mache meinen Job schon so lange, also mir macht keiner mehr ein X für den Ufer und dieser Grünschnabel von Promovend erst recht nicht. Fazit ist wirklich, Großtheorien werden in der Regel nicht deswegen korrigiert oder aufgegeben, weil sie sich als fehlerhaft oder falsch erwiesen haben, sondern weil die Leute ausscheiden, die sie vertreten. Sie werden es in ihren Lebzeiten noch mit Luhmann erleben, als ich studierte und auch in meiner akademischen Zeit war Luhmann der große Übervater. Wer sie nicht Luhmannianisch ausdrückte, der verstand nichts von Soziologie. Man hört immer weniger von Luhmann, Sie können sicher sein, in 10, 15 Jahren werden bloß noch Spezialisten in seinen Begriffen denken. Habermas ist jetzt noch groß im Kurs, Sie können aber Gift darauf nehmen, in 15 Jahren wird er auch außer der Mode sein und zum Fall für Ideengeschichtler werden. Das ist so, das ist so. So, bei der Schlamperei, da ist die Ursache in der Regel Ausbildungsmangel und mangelnde kollegiale Kontrolle, das geht einfach durch diese Schlamperei und dieser Typ-4-Immunisierung, das ist Eitelkeit und Ideologie in Verbindung mit Macht. Macht erstickt dann die Neugier und die Forschung und natürlich ist das zunehmend inakzeptabel. Das Letzte geht gleich gar nicht, das in der Mitte sollte auch nicht sein, das Erste, ja mein Gott, so ist es halt in der Welt. So, so geht's in der Theorie und in der Praxis und in der Praxis erlebt man dann einige Probleme und die Probleme bei der Theorieprüfung, also die Probleme bei der Prüfung des empirischen Wahrheitsgehalts von Theorien, die müssen wir jetzt auch noch aufspießen und ernst nehmen. Es wird ja der empirische Wahrheitsgehalt von Theorien grundsätzlich dadurch festgestellt, dass man den empirischen Wahrheitsgehalt von solchen Aussagen überprüft, die man empirisch operationalisieren kann. Das ist der Weg. Man muss Abstraktes anschaulich machen, dann durch Daten überprüfen und kann dann zurückschließen. So macht man das und dabei gibt es vier Probleme. Problem Nummer eins, wie gut lässt sich denn eine komplexe Theorie wirklich auf solche Aussagen zuspitzen, aus deren Wahrheit oder Falschheit sich ein tragfähiger, ein triftiger Schluss auf die Wahrheit oder Falschheit der Theorie insgesamt ziehen lässt. Wie gut kann man denn sowas Komplexes wie das Luhmannsche Habermasianische oder emulatorisch institutionalistische Denkern auf präzis prüfbare Aussagen zuspitzen? Na, ich habe bald auf dieses Problem etwas näher hin. Das ist tatsächlich ein schwerwiegendes Problem, aber im Grunde nur im Fall von schlecht ausgearbeiteten Theorien oder von sehr abstrakten Theorien, wo man dann die Navigation verliert oder von sehr komplexen Theorien, wo der Theorietester oder sogar der Theorieautor nicht mehr durchblickt. Die Lösung des Problems ist im Grunde ganz einfach. Man muss diese Theorie, wie bei der Folie über Theorieforschung beschrieben, zu einem transparenten Gefüge von logisch konsistenten Aussagen ausarbeiten. Man muss halt Theoriearbeit machen. Man muss die theoretischen Begriffe umfassend operationalisieren. man muss halt das theoretisch übersetzen in Anschauliches. Man muss das, was theoretisch stipuliert wird, umsetzen in konkrete Prognosen. Und dann muss man das Konkretisierte, also die Gürteltheorien, wo es konkret wird, in Indikatoren umsetzen, wie vorhin beim Marxismusbeispiel beschrieben, und diese dann testen. Das ist mühsam, das braucht Denkarbeit, das ist nicht etwas, was jeder kann, aber es geht im Grunde. Es braucht halt einfach ein arbeitsteiliges Verhältnis von gegenstandsspezifischen Theorien, Theorien mittler Reichweite und allgemein Theorien, plus entsprechender sorgfältiger Denkarbeit. Infolgedessen ist das Problem im Grunde lösbar und wird oft genug auch gelöst. Problem Nummer zwei, muss man denn wirklich eine ganze Theorie für falsch halten, bloß weil sich einzelne Aussagen, die man aus der Theorie ableiten konnte, als falsch erwiesen haben. Die Antwort auf dieses Problem habe ich vorhin eigentlich schon gegeben. Es ist im Grunde auch ein Problem von schlecht ausgearbeiteten oder sehr abstrakten oder sehr komplexen Theorien. Die Lösung besteht eben darin, dass man überprüft, wie aussagekräftig die Widerlegung einer aus der Theorie abgeleiteten Aussage wirklich ist. Und dazu muss eben das logische Gefüge der Theorie rekonstruiert sein. Und dann kann es sein, dass man entdeckt, ja, im Grunde liegt dort, wo ich eine Theorie zurückgewiesen als falsch nachgewiesen habe, nur ein Spezialfall der Theorie vor und dieser Spezialfall, der liegt nur dann vor, wenn besondere Bedingungen gegeben sind. Aber diese Bedingungen habe ich leider Gottes bei meiner Theorieprüfung oder hat der Kollege bei der Theorieprüfung überhaupt nicht berücksichtigt. Beispiel, Es gibt eine Theorie parlamentarischer Regierungskontrolle, wie man kontrolliert, indem man Fragen stellt, die Antworten hört, die kritisiert und so weiter und kommt dann zum Ergebnis, diese Theorie, die stimmt nicht im Fall von Nordkorea oder China oder vom Kongo. Dort wird die Regierung gar nicht so kontrolliert. Ja, es kann ja sein, dass einfach verkannt worden ist, dass diese ganze Theorie, wie Regierung über Einforderung von Verantwortlichkeit kontrolliert wird, nur dann stimmt, nur dann anwendbar ist, wenn es freie Massenmedien gibt. Berücksichtige ich nicht, ob freie Massenmedien vorliegen oder nicht vorliegen, dann erweitere ich den Anwendungsbereich der Theorie über den Geltungsbereich der Theorie hinaus. Meine Theorie der Regierungskontrolle gilt nur für Staaten mit freien Massenmedien. Es kann auch sein, dass die widerlegte Aussage der Theorie einfach eine am Rande des empirischen oder des perspektivischen Anwendungsbereichs der Theorie ist. Zum Beispiel haben wir die Theorie des rationalen Wahlverhaltens. Man trifft seine Entscheidungen so, dass der eigene Nutzen optimiert wird. Und dann sucht man anhand von dieser Theorie Entscheidungen, die zur Wahl des Ehepartners führen. Und stellt fest, wenn man dann auch noch die Scheidungsrate und die Scheidungsgründe anblickt, da scheint diese Theorie rationaler Wahlentscheidungen nicht stimmt. Stimmt jetzt insgesamt nicht, also müssten wir unsere ganze Volkswirtschaftslehre auf den Müllhafen werfen, in deren Kern ja der rationale Akteur ist. Vielleicht kann es sein, dass bei Sachen, bei denen eben auch die Emotionen von Menschen eine Rolle spielen und nicht nur ihr Verstand, dass einfach dort eine Theorie des rationalen Handelns an die Grenze ihrer Anwendungsmöglichkeiten geht. Dann ist ja nicht sozusagen die Theorie insgesamt falsch, sondern die Theorie würde nur auf etwas angewendet, wofür sie nicht taugt. Da muss ich einfach spezifizieren, was zum Geltungsbereich der Theorie gehört und nicht gehört. Und obendrein ist es dann wie bei einem Kriminalfall. Eine Theorie scheint widerlegt zu sein. Oh Gott, mit der Theorie arbeiten wir seit 40 Jahren. Hat meistens funktioniert. Naturwissenschaftlichen Theorien geht es häufig so. Und dann lautet die Fragen her, wie viele Indizien müssen jetzt zusammenkommen oder wie viele Aussagen aus der Theorie, von welcher Bedeutung für die Theorie müssen jetzt wie verlässlich widerlegt worden sein, damit die Wahrscheinlichkeit ganz gering wird, dass die Theorie trotzdem richtig sein könnte. Es ist wirklich wie bei einem Kriminalfall, wo sie sich auf Indizienbeweise stützen müssen. Und der Richter ist dann natürlich keine Einzelperson, sondern der Herausgeberkreis von wissenschaftlichen Journalen oder der Kreis derer, die Leute für Hochschulstellen berufen oder nicht berufen. Also ein Musterbeispiel aus der Wissenschaftsgeschichte, die Phlogiston-Theorie der Verbrennung, wo gedacht war, Verbrennung funktioniert so, dass da irgendwie ein Stoff namens Phlogiston freigesetzt wird, der entweicht in Gestalt der Flammen. Das war die Standardtheorie bis ins 18. Jahrhundert. Es wird Phlogiston freigesetzt. Und dann entwickelte man Messinstrumente, die das Gewicht von Materie vor oder nach ihrer Verbrennung bestimmen konnten. Man stellte fest, hey, verbrannte Gegenstände sind schwerer als unverbrannte Gegenstände. Wie gibt es denn das? Die erste Argumentation war, ja, Phlogiston hat ein negatives Gewicht. Wenn in einem Stoff Phlogiston drinnen ist, dann ist er einfach schwerer. Aber wenn das Phlogiston entwichen ist, weil es ein negatives Gewicht hat, ist er schwerer. Davor ist er leichter, dann ist er schwerer. Erst später entdeckte man, dass bei der Verbrennung sich Materie mit Sauerstoff verbindet und genau deswegen schwerer wird. Aber es dauerte lange, lange Zeit, bis die Phlogiston Theorie in der Chemie durch die heutige Oxidationstheorie ersetzt worden ist. Also, Lösung des Problems, verbesserte Theoriearbeit, Präzisierung der empirischen Behauptungen. Was haben wir noch? Problem Nummer drei. Stimmen denn die empirischen Befunde wirklich, angesichts welcher man aus der Theorie abgeleitete Aussagen für falsch hält? Stimmen denn die Ergebnisse, die behaupten, eine Theorie sei falsch? Naja, das ist auch ein echtes Problem und das führt uns weiter in manche Tiefen, die wir bislang ausgespart haben. Das ist ein Problem, in jedem Fall die Überprüfung einer Theorie. Die Lösung besteht zunächst mal darin, dass man alle Einsichten und praktischen Hinweise der Methodenlehre korrekt anwendet, dass man alle Fehler, die man vermeiden kann oder die man machen kann, vermeidet. Dass man also wirklich auf Validität bei der Konzeptualisierung, der Operationalisierung achtet, dass man Stichprobenfehler vermeidet, dass man Datenerhebung voller Reliabilität durchführt, dass die Datenanalyse mit statistischer hermeneutischer Kompetenz vollzogen wird, dass man bei der Dateninterpretation sich selbst kontrolliert, von anderen kontrollieren lässt, dass man nirgendwo einen Bock schießt. Naja, ist so. Deswegen ist auch die Methodenausbildung so wichtig. Und deswegen ist es so wichtig, Wissenschaft zu begreifen als einen Prozess, der regelgeleitet ist. Und deswegen ist Kontrolle wichtig. Und kontrollieren können bloß Leute, die es beherrschen. Damit sind wir wieder beim ersten Punkt. Sozialwissenschaftliche Bildung ist zunächst einmal Methodenbildung. Aber jetzt kommen wir zum echten Problem. Das ist der Überhammer. Wer sagt uns denn, dass die anscheinend der Theorie widersprechenden Befunde wirklich der Theorie widersprechen? Es schaut so aus, als würden die Ergebnisse, die ganz ordnungsgemäß zustande gekommen sind, der Theorie widersprechen. Aber ist denn das wirklich so? Und jetzt müssen Sie nochmal alle intellektuelle Energie mobilisieren. Auch das ist ein Problem in jedem Fall Überprüfung einer Theorie und wir müssen uns die Struktur des Problems näher angucken. Ich habe die Theorie A, die will ich überprüfen, indem ich den Wahrheitsgehalt einer Aussage überprüfe, die ich logisch korrekt aus der Theorie ableite und dann einen empirischen Test unterziehe. Dazu verwende ich natürlich den Datensatz, die Daten, die ich erhoben habe, um meine Theorie zu testen. Und ein Datensatz sieht, wie wir mehrfach gesehen haben, so aus, wir haben unsere Variablen, wir haben unsere Fälluntersuchungsfälle, wir haben jeden Untersuchungsfall im Licht jeder Variable beobachtet. Je nach der Methode, die wir verwendet haben. So, das haben wir. Die Antwort auf meine Forschungsfrage stimmt die Aussage aus dieser Theorie, wie der arbeitet, indem man die Datenmatrix auswertet, hermeneutisch, statistisch, schön. Die Frage lautet, naja, die Daten, die wir jetzt auswerten, die Beobachtung, die wir getätigt haben, sind die valide. Haben wir auch das Richtige beobachtet oder was Falsches? Naja, die ganze Tragfähigkeit meiner Forschungsarbeit hängt von der Validität der Daten ab. Na, schön, aber woher weiß ich denn, dass ich das Richtige beobachtet habe? Woher weiß ich, dass es bloß zu behaupten oder zu glauben, nutzt ja nichts. Und an der Stelle lautet der Fachbegriff Beobachtungstheorie. Und das muss gut verstanden sein, weil davon hängt tatsächlich der ganze Rest ab. Was ist eine Beobachtungstheorie? Und an der Beobachtungstheorie versteht man eine Theorie, die dem Forscher klarmacht, was genau er zum Zweck der Überprüfung einer Aussage beobachten muss und wie die Beobachtungen, die er macht, zu deuten sind. Beobachtungstheorie Ich bin Archäologe und ich habe ein paar Knochen gefunden und hoffe, dass das Dinosaurierknochen sind oder Menschenknochen oder irgendwas und ich möchte wissen, wie alt die sind. Oder für meinen Zweck ist es wichtig, dass ich weiß, ob sie wirklich älter als 10.000 Jahre sind. Früher gab es keine Möglichkeit, das rauszufinden, weil die Knochen können sie nicht befragen und wenn die Fundumstände ihnen keine Hinweise geben, was da passiert ist, ist es schlecht. Es hat sich aber gezeigt, in der Entwicklung moderner Physik, dass Kohlenstoffisotope zerfallen und dass man berechnen kann, anhand des Anteils eines bestimmten Kohlenstoffisotops in bestimmter organischer Materie, wie alt das drum sein muss. Das ist eine naturwissenschaftliche Theorie. Die falsch sein kann, aber Gottlob, wie wir wissen, stimmt. Das ist jetzt unsere Beobachtungstheorie, es ist bekannt als die C14-Methode in der Archäologie. Anhand dieser C14-Methode und der zugrunde liegenden Beobachtungstheorie kann man das Alter von Knochen bestimmen. So, ähnlich gibt es Beobachtungstheorien bei der Radioastronomie, was bedeuten die und die Zacken, die ich auf der und der Frequenz empfange? In der Teilchenforschung, was bedeuten die und die Zerfallspuren, die ich da früher in der Nebelkammer heutzutage anders gemessen erhalte und so weiter. Was bedeutet das? Das sind Beobachtungstheorien, die einem Sachen, die ansonsten irgendwas wären, irgendwelches Gekritzel oder irgendwelche Knochen eben, die einem erlauben, die Fragestellung, wie alt ist das Ding, was ist das, zu beantworten. Beispiel 2, man will wissen, ob Abgeordnete die Amtsverständnisse so auffassen, dass sie vor allem die Dinge der Wünsche ihrer Wähler in Entscheidungen umsetzen sollten. Das möchte ich wissen, ob die so ticken. Es weise ich aus der bisherigen Forschung, dass die hier stehende Frage bislang immer seit Jahrzehnten geeignet war, die Grundzüge des Amtsverständnis von Abgeordneten ausfindig zu machen. Wie würden sie die Aufgaben eines Abgeordneten beschreiben? Was sind die wichtigsten Dinge, die ein Abgeordneter tun sollte? Meine Beobachtungstheorie sagt mir, mit dieser Frage kriege ich raus, wie die Kerle oder Mädels über ihren Beruf nachdenken. Und deswegen stellt man in den Interviews den Abgeordneten genau diese Frage und interpretiert die Antworten als Hinweis auf ihr Amtsverständnis. Wenn die Beobachtungstheorie stimmt, hier und bei C14, wunderbar. Wenn sie nicht stimmt, dann baue ich meine Forschungen auf Sand. Also, es muss die Beobachtungstheorie auch selbst mit positivem Ergebnis auf ihren Wahrheitsgeld überprüft worden sein. Man muss wissen, dass sie stimmt. Schön, leuchtet ein. Aber jetzt. Jetzt fängt es an, weh zu tun. Denn wenn ich eine Beobachtungstheorie überprüfe, komme ich doch in das gleiche Problem, wie wenn ich eine Theorie prüfe. Ich brauche doch jetzt eine Beobachtungstheorie, die mir sagt, was die Befunde, die ich brauche, um die Beobachtungstheorie zu testen, bedeutet. Aha, ich teste die Beobachtungstheorie B und brauche dafür eine Beobachtungstheorie B'. Diese Beobachtungstheorie B', die muss ja auch überprüft haben, auf ihren Wahrheitsgehalt. Das braucht eine Beobachtungstheorie B'. Ein infiniter Regress, wie bei der hermeneutischen Methode, schaut es aus. Ja, was macht man denn da? Naja, es liegt eben kein infiniter Regress vor, es liegt genau der hermeneutische Spiralprozess vor. Oder das, was man in der qualitativen Forschung nennt, einen Triangulationsprozess. Es wird aus verschiedenen Methoden, aus verschiedenen Blickwinkeln abgeschätzt und zusammengesetzt an Bildern, was man über den Gegenstand wissen kann. Das ist wie, ich wiederhole mich, bei einem Kriminaler, der verschiedenen Spuren nachgeht und aus verschiedenen Spuren den Indizienbeweis für die Täterschaft an diesem oder jenem Verbrechen zusammenbaut. Er findet nicht den rauchenden Kolt, er hat kein Geständnis, er hat bloß Indizien. Aber die Indizien können überzeugen, den Haftrichter und den Richter in der Hauptsache dann auch. So ist es auch mit Beobachtungstheorien und auf den einzelnen Wissenschaftsfeldern gibt es dann einfach disziplinäres Wissen darüber, was denn die für wahr gehaltenen Beobachtungstheorien sind. Idealerweise stimmen die wirklich und stellen sich nicht nach Jahrzehnten oder Jahrhunderten als falsch heraus. Aber wenn Wissenschaft wirklich kritisch abläuft, dann würde man sehr falsche Beobachtungstheorien relativ schnell entdecken. Also dann hätte man inzwischen rausgekriegt, dass die C14-Methode eben doch nicht geeignet ist, um das Alter von organischer Materie festzustellen. Aber das konvergiert mit anderen Methoden wie Dendrochronologie und so weiter auf das Beste. So, also unser Problem haben wir jetzt schon ziemlich gut verstanden. Ich habe einen Datensatz erhoben und ausgewertet anhand von Theorien, die mir sagen, die empirischen Referenten meiner Begriffe beobachte ich, wenn ich die folgenden Dinge beobachte. C14, Radioastronomie und so weiter. Die beobachteten Dinge, sagt man meine Beobachtungstheorie, zacken bei so einem Papier, wo radioastronomische Signale in so Frequenzzacken übersetzt werden. Wie muss ich die deuten? Woran erkenne ich einen Pulsar, einen Quasar oder weiß der Teufel was? Das, sagt man meine Beobachtungstheorie, die erklärt mir, was das konkret Beobachtete im Licht meiner Forschungsfrage bedeutet. Na gut, folglich heißt es, die am Datensatz Z gewonnenen Befunde widerlegen, bestellen, bekräftigen die Aussage X der Theorie genau dann, wenn die Beobachtungstheorie, die ich verwende, stimmt. Und ob sie stimmt, weiß man in einer wissenschaftlichen Disziplin durch Bewährung, durch Triangulation oder täuscht sich eben, was eines Tages rauskommt. Denn Wissenschaft gewährleistet ja nicht, dass man zu wahren Aussagen kommt, sondern Wissenschaft steigert bloß die Chancen darauf, dass man Fehler rechtzeitig entdeckt. Mehr stellt Wissenschaft niemals in Aussicht. Also, man arbeitet dann im Grunde mit zwei Theorien, die zu überprüfen der Theorie und die Selbstverständigkeit in seiner Wissenschaftsdisziplin. Man arbeitet also mit gesicherten Beobachtungstheorien, ja und ein gut ausgebildeter Wissenschaftler kennt die eben. Und wenn einer sagt, mein Gott, das stimmt doch alles nicht, ja dann hat er eine Beweislast zu erbringen. Er muss dann den Kollegen zeigen, wie sie falsch gedacht haben und das kann sehr mühsam sein. Der Weg zur Problemlösung besteht also darin, dass man inhaltliche und methodische Kompetenz auf dem jeweiligen Forschungsgebiet erwirbt. Und daran merkt man dann oft sozusagen Dilettanten, die bloß sozusagen die Oberfläche der Befunde verstehen, aber nicht verstehen, was an Beobachtungstheorie und Kontextwissen dahintersteht. Das sind dann jene, die sagen, ja mein Gott, man könnte doch Demokratie ganz einfach wie folgt machen. Es braucht bloß jeder einen Computer zu Hause und dann kann man jeden Tag abstimmen lassen. Naja gut, also die wissen dann vieles über politische Dynamik einfach nicht. So, damit haben wir die Probleme bei der Theorieprüfung zur Kenntnis genommen und zumindest theoretisch gelöst. Fassen wir zusammen Theorie und Empirie und schauen dann noch ein wenig auf qualitative und quantitative Forschung. Falls das Ziel einer empirischen Forschungsarbeit hinausgeht, darüber die Grundaufgaben zu erledigen, also Sachen zu beschreiben und Zusammenhänge zu erfassen, dann ist das Ergebnis von Forschung stets eine Theorie, eine Erklärungstheorie oder eine normative Theorie. Wenn dann Aussagen, Erklärungen, Prognosen und so weiter. Es steht außerdem schon am Anfang einer jenen Forschungsarbeit Theorie. Im schlimmsten Fall merkt man das gar nicht. Man reflektiert sein eigenes Denker nicht. Man verzichtet warum auch immer darauf. Man systematisiert sein Denker nicht. Man merkt gar nicht, welche Brillern oder Scheuklappen man trägt. Im Idealfall macht man systematische Theoriebildung, umsichtige Konzeptualisierung, valide Operationalisierung, ein Pfeilmodell, wie ich es Ihnen mehrfach vorgeführt habe. So geht es und so steht Theorie am Anfang und am Ende. Und so geht in Wissenschaft im stetigen, hermeneutischen Wechselspiel zwischen Theorie und Empirie, weswegen mein alter Satz nochmal angeführt ist. Nur der wird ein besonders guter Empiriker, der auch ein guter Theoretiker ist. Nichts ist praktischer als eine gute Theorie. Kommen wir zu einigen zusammenfassen in Ratschlägen. In drei Gruppen gegliedert. Erstens qualitativ und quantitative Forschung. Lange Zeit ist das Spiel so gespielt worden, dass wissenschaftliche Forschung quantifizierend ist und Leute, die es noch nicht zur Wissenschaft gebracht haben, die arbeiten eben qualitativ. Das sind so die Armchair Political Scientists. Die sitzen in ihren Lehnstühlen und lesen Zeitungsartikel und Bücher und denken sich was dabei. Die richtigen Forscher, die machen Gragebögen und Beobachtungen und Inhaltsanalysen. Das Ganze ist dann später verfeinert worden durch die Vorstellung, dass es überhaupt völlig verschiedene Weisen des Forschens sind. Die Welt sieht für einen Qualitativler ganz anders aus als für einen Quanti. Für einen Quanti besteht die Welt da draußen und die versucht er dann zu begreifen. Aber wir Qualis, wir wissen, die Welt ist eine Konstruktion. Wir konstruieren die Welt und unser Denkern so blöd wie die Quantitativler sind wir nicht, dass wir glauben, es gäbe eine Welt da draußen, die wir sozusagen studieren könnten. Es sind zwei Weltern und man muss sich entscheiden, entweder man ist Protestant oder Katholik, Muselmann oder Christ, Atheist oder Gläubiger. Das ist ehrlich gesagt ziemlich veraltet. Es wird leider Gottes immer wieder gelehrt, insbesondere von Qualitativlern. Die müssen sich da irgendwie einer besonderen Abartigkeit rühmern. Aber in Wirklichkeit ist es anders und das neue expandierende Feld seit ungefähr 20 Jahren nennt sich Mixed Methods. Mixed Methods, der Leitgedanke ist, qualitative und quantitative Methoden gemeinsam zu verwenden, miteinander zu mischen und aus diesem Weltbildkrieg zwischen Qualis und Quantis rauszukommen. Und wie man leicht darüber nachdenken kann, zeige ich Ihnen auf einigen Folien. Schauen Sie, qualitative und quantitative Forschung unterscheiden sich in verschiedenen Sachen. In der Forschungsabsicht, im Vorwissen, in verwendbaren Begriffen, in der Art der Erhebungsinstrumente, in der Art der Datenerhebung, in der Art der Stichproben, die verfügbar sind. Es kann sein, man will Unbekanntes entdecken, neue Fragen beantworten. Oder man kann aus etablierten Theorien präzise Hypothesen ableiten und diese prüfen. Es kann sein, dass über irgendwas das Vorwissen gering oder schlecht ist oder man weiß schon unglaublich viel über etwas. Es kann sein, dass man bloß klassifikatorische und komparative Begriffe verwenden kann. Also Sachen, die unterschiedlich sind, mit unterschiedlichen Namen benennt und obendrein ein mehr oder weniger ausdrücken kann. Es kann aber sein, dass es Metriken gibt für alles und jedes, sodass man wirklich zählen und messen kann. Es kann sein, dass man Erhebungsinstrumente nicht vorab erstellen kann, weil man noch nicht weiß, was man fragen, was man beobachten, was man in Texten erkennen soll. Und es kann sein, dass es standardisierte, getestete Instrumente gibt, wie in weiten Bereichen der Sozialpsychologie. Es kann sein, dass die Datenerhebung nur erkundend und schrittweise geschehen kann. Man geht ins Feld und schaut, was man sieht. Ja, und dann sieht man was oder auch nichts. Und je nachdem macht man dies oder jenes. Und es kann sein, dass man die Datenerhebung systematisch planen kann. Unsere Stichprobe von N gleich 2000 nach dem sowieso Master Sample geht an dem und dem Tag ins Feld mit so und so vielen Interviewen. Wir haben so und so viele Sample Points und in drei Wochen haben wir die Ergebnisse da. So kann es auch sein. Die Stichprobe kann eine intuitive sein, also effektiv gar keine, ein Schneeballprinzip oder eine theoretische oder es kann eine systematisch gezogene Zufallsstichprobe sein. Das kann alles der Fall sein. Das sind die wesentlichen Instrumente, die man braucht, die wesentlichen gliedernden Konzepte, um den Forschungsprozess zu begreifen. Das alles, Forschungsstand, Vorwissen und so weiter, hängt oft, eigentlich immer miteinander zusammen. Und je nachdem, ob man in dem Bereich unterwegs ist oder in dem Bereich ist, macht man dann qualitative oder quantitative Forschung. Und bei vielen Forschungsproblemen muss man alles mischen, weil man nur dann hinlänglich, multiperspektivisch den Gegenstand erkennt. Viele Forschungsvorhaben liegen ohnehin zwischen beiden Extremformen. Es ist vollständig unnötig, sich entweder als so oder jenes aufzufassen und dann die Welt sich entsprechend zurechtzulegen, um es systematisch zusammenzufassen, wie das Verhältnis zwischen qualitativer und quantitativer Forschung ist. Der Forschungsstand kann irgendwo dürftig sein und irgendwo gut sein auf dem Forschungsfeld. Und das Erhebungsinstrument, mit dem man sich ans Datenerheben macht, das die Forschungsfrage in konkrete Forschungsprozeduren übersetzt, so ein Erhebungsinstrument kann nicht vorhanden sein oder es kann die Dimension eines Leitfahrends nicht überschreiten oder es kann standardisiert sein und reliable und valide metrische Daten erbringen. Kann alles der Fall sein. So, damit haben wir unsere übliche zweidimensionale Matrix. Links oben ist man im Bereich der qualitativen Forschung, rechts unten ist man im Bereich der rein quantitativen Forschung. Irgendwo gibt es die Grenze des hier und jetzt erforschbaren, wo man zu wenig weiß, wo man noch nichts quantifizieren kann, vielleicht auch nie und wissenschaftlicher Fortschritt geht genau in die Richtung. Das heißt aber nicht, dass qualitative Forschung minderwertig ist. Ehrlich gesagt, qualitative Forschung ist das Spannendere. Das ist sozusagen kolumbusartige Forschung. Man begibt sich ins Unbekannte. Quantitative Forschung könnte man sagen, ist was für Faulpelze. Die sozusagen einfach nur auszieselieren, was schon bekannt ist. Wäre aber unfair, die Sache so zu sehen. Ich will nur sagen, dass die übliche Abwertung von qualitativer Forschung falsch ist. Und die Entscheidung, ob man eher qualitativ oder quantitativ forscht, das muss nicht nach Willkür oder Vorlieben fallen. Etwa nach dem Motto, schon an der Schule mochte ich keine Mathematik, als Wissenschaftler möchte ich keine Statistik sehen, deswegen bin ich qualitativer Forscher. Naja, das ist eine ziemlich dämliche Entscheidungshaltung. Was wirklich wichtig ist, ist Methoden, Mix und Theorienpluralismus. Viele Forschungsfragen brauchen einen multiperspektivischen Blick und dessen sollte man grundsätzlich mehrere Theorien kombinieren. Jede Methode, Befragung, Beobachtung, Inhaltsanalyse und so weiter liefert eine bestimmte Art von Beobachtungen des erkundenden Gegenstandsbereichs. Man soll Triangulation betreiben, also aus verschiedenen Blickwinkeln, verschiedene Datenquellen anzapfen, konkret mehrere Methoden kombinieren. Qualitative und quantitative Forschung schließen einander nicht aus, wie manche Leute ideologisch verengt behaupten, sondern sie ergänzen einander. Und genau solche wechselseitige Ergänzung ist oft auch erforderlich. Und deswegen sollte ein gut ausgebildeter Sozialwissenschaftler Kompetenzen in beiden Disziplinen haben. Und diesen Ratschlägen kann man deswegen sehr leicht nachkommen, weil im Unterschied zu manchen ideologischen Behauptungen die Forschungslogik von qualitativer und quantitativer Forschung exakt die gleiche ist. Es gibt nicht den mindesten Unterschied. Die Logik des Forschens ist identisch. So, jetzt können wir den Rest noch schnell zusammenfassen. Es gibt fragengeleitete und hypothesengeleitete Forschung. Was meint das? Naja, manche orthodoxen Ideologen sagen, Forschung geht so, dass wir kühne Hypothesen aus möglichst kühnen Theorien ableiten und diese kühnen Hypothesen strengen Falsifikationsversuchen unterziehen, da wir feststellen, welche Hypothesen falsch sind und mit den Bekräftigten arbeiten wir weiter. Daran ist zunächst einmal nicht das Mindeste falsch. Das Problem ist, wenn damit gedankenlos gearbeitet wird, wenn Leute gar nicht in der Lage sind oder nicht willens sind, wirklich kühne Theorien zu machen, aus denen sie weitreichende Hypothesen ableiten und dann mutig überprüfen, sondern wenn Leute nicht mehr lernen als folgendes, ich brauche für eine Forschungsarbeit Hypothesen und diese Hypothesen muss ich testen. Und deswegen steht dann am Anfang eines Artikels Hypothesen und da ist man ganz stolz daraus, wenn man vier oder fünf oder 30 Hypothesen aus gleich welchen Theorien abgeleitet hat und der Forschungsprozess besteht dann darin, dass man durch geeignete Datenerhebung und Signifikanztests eine Hypothese nach der anderen untersucht. Naja, das kann schon sinnvoll sein, aber das ist dann arg kleinteilig und langweilig oft. Insbesondere dann, wenn man diese Hypothesen nicht aus wichtigen Theorien ableitet, sondern einfach auflistet. Das habe ich bei tausenden, bei tausenden nicht, aber bei hunderten von Bachelor, Magistern, Masterarbeiten schon gesehen. Da kommt so ein armer Kerl oder ein armes Mädel und sagt, ja, ich brauche Hypothesen und da auf dem Blatt habe ich meine Hypothesen. Schauen Sie mal an, 15 Hypothesen habe ich zusammengeschrieben. Und dann lese ich die durch. Also zum Beispiel, also die Fragestellung lautet, wer wählt die SPD? Hypothese 1, in der Regel wählen Menschen die SPD. Hypothese 2, es könnte sein, dass Frauen und Männer im gleichen Umfang die SPD wählen. Hypothese 3, Arbeiter dürften eher die SPD wählen als Nichtarbeiter. Hypothese 3, je linker, desto häufiger es, verstehen Sie, lauter Banalitäten. Dinge, die man weiß, werden einfach als Hypothese aufgeschrieben und dann kriegt man das Gewusste noch einmal heraus. Sowas nennt sich Wirklichkeitsverdoppelung und das braucht kein Mensch. Also nicht einfach Hypothesen willkürlich aufstellen, sondern wenn man schon mit Hypothesen arbeitet, soll man sie aus Theorien ableiten, die über den Gegenstand etwas besagen können, sodass es wichtig ist, eine Theorie anhand von Hypothesen zu testen. Also schlimm ist, und ich hoffe, Ihnen widerfährt das nie, dass man nur deswegen Hypothesenlisten aufstellt, weil man gelernt hat, man braucht Hypothesen, aber nicht weiß, wozu. Richtiger ist es, sich klarzumachen, Forschung dient der Beantwortung von offenen Fragen. Deswegen soll man eine klare Forschungsfrage formulieren, aufgrund von Vermutungen, von Wissensbeständen, die es gibt. Und diese Forschungsfragen soll man dann hierarchisch aufbrechen. Wenn ich diese Frage beantworten will, dann muss ich die drei Unterfragen beantworten. Wenn ich die erste Unterfrage beantworten will, muss ich fünf Unterfragen beantworten. Forschung also anleiten lassen durch Fragebäume. Und dann, wenn man seine forschungsleitende Theorie macht, kann man sich überlegen, welche Theorien, welche Hypothesen gibt es denn, die mir einzelne Fragen schon beantworten. Wenn es sich um wohl etablierte Theorien und gut bewährte Hypothesen handelt, ja, dann ist die Forschungsfrage beantwortet. Wenn es sich um offene Theorien, unklare Theorien handelt, ja, dann lohnt es, die Hypothesen durchzugehen. Also, machen Sie nie ein leeres Hypothesengeklingel, sondern gehen Sie systematisch Bäumern von Forschungsfragen nach. Letzte Folie, letzter Ratschlag. Es gibt einige Fehloperationen beim Denken, Fehlschlüsse genannt. Und Fehlschlüsse sollten in der Wissenschaft nicht vorkommen. Es kommt darauf an, dass man den logischen, dass man den Wahrheitsgehalt von Aussagen logisch korrekt und fehlerfrei von Prämissen auf Konklusionen überträgt. Es gibt aber eine Reihe von typischen Fehlschlüssen, die man sich einmal vor Augen halten und dann niemals mehr tun soll. Es gibt den abstraktionistischen Fehlschluss. Man glaubt, dass das, was man auf abstrakte Weise verstanden hat, dass man das verstanden hat. Und wenn man es am konkreten Einzelfall noch nicht kapiert hat, macht es nichts. Also, ich habe abstrakt verstanden, was das Verhältnis von Basis und Überbau ist. Aber wenn ich es konkret nachzeichnen soll, etwa beim Verhältnis von Technik und Kultur, weiß ich nicht. Ich habe es abstrakt verstanden. Allzu viele Leute begnügen sich mit Abstraktionen. Wir Sozialwissenschaftler müssen aber konkret auf die Wirklichkeit hingucken. Die Faustregel lautet, was wir nicht konkret am Fall in seinen bewirkenden Prozessen nachzeichnen können, das haben wir auch abstrakt nicht verstanden. Man soll sich nicht durch abstraktes Theoretisieren in die eigene intellektuelle Tasche lügen. Der zweite Typ von Fehlschluss heißt ökologischer Fehlschluss. Man glaubt, dass Zusammenhänge, die man auf der Aggregatebene einer Gruppe kennt, dass die auch für jedes einzelne Gruppemitglied bestündern. Klassisches Beispiel, die Arbeiter wählen SPD. Mein Vater ist Arbeiter, folglich wählt der SPD. Das, was im Aggregat gilt, also in Sachsen gibt es wesentlich mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte als sonst wo in Deutschland. Aha, die Sachsen verfolgen besonders gern Flüchtlinge. Ist nicht gedeckt. Folgt auch nicht aus dem Aggregatmerkmal. Das Gegenstück ist der individualistische Fehlschluss. Man glaubt, dass Zusammenhänge, die auf der Ebene von einzelnen Gruppenmitgliedern vorliegen, so auch auf der Aggregatebene bestehen. Der Student Meier schreibt bei der Klausur ab und folglich ist klar, alle Studenten schreiben ab. Trivial und dennoch sehr häufig als Fehlschluss verwendet. Es gibt einen konsekutivistischen Fehlschluss. Man glaubt, dass bei einer Folge von zwei auffälligen Ereignissen das erste Ereignis die Ursache des zweiten wäre. Man kann evolutionsbiologisch zeigen, dass es unterhalb der Denkschwellen und unterhalb unserer komplexen Sozialstrukturen sehr gute Gründe dafür gibt, dass das, was als erstes da ist, die Ursache vom zweiten ist. In den komplexen Bereichen, in denen wir uns bewegen, ist es aber albern. Zum Beispiel die Merkel verliert das TV-Duell gegen den Bundeskanzler Schröder, was damals so war. Und erst hat sie verloren und dann hat sie die Wahl gewonnen. Aha, wer das TV-Duell verliert, bekommt einen Mitleidseffekt und wird deswegen zum Kanzler. Sie merken, es ist gaga. Es ist gaga. Man muss konkret hingucken, was sind genau die Kausalfolgen. Man muss das tun, was in der Fallstudienforschung Process Tracing heißt. Da gibt es den naturalistischen Fehlschluss. Man glaubt, dass sich aus dem, was ist, eine Aussage darüber ableiten lässt, was sein soll. Die AfD hat große Wahlerfolge, folglich soll die AfD große Wahlerfolge haben. Ungeborene Kinder werden abgetrieben. Aha, folglich ist es in Ordnung, wenn ungeborene Kinder abgetrieben werden. Es gibt keine Kette zwischen dem Sein und dem Sollen oder umgekehrt. Aus dem, was ist, kann man nie schließen, was sein soll. Und umgekehrt, das ist der normativistische Fehlschluss. Man glaubt, dass sich aus dem, was sein soll, auch eine Aussage darüber ableiten lässt, was wirklich ist. Kriege sollen nicht sein. Folglich kann man ohne Krieg Politik machen. Du sollst nicht töten. Daraus folgt, Menschen bringen durcheinander nicht um. Zumindest nicht normalerweise. Aber was ist schon normal? Also schauen Sie darauf, dass Sie sensibilisiert sind bei Ihrem eigenen Denken für diese Fehlschlüsse und dass Sie niemals einen dieser Fehlschlüsse verwendern, denn sie kommen in der Praxis extrem häufig vor. Und damit wissen wir nun im Grunde alles, was über Wissenschaft grundlegend gewusst werden muss. Was Wissenschaft ist, was ihr Bezug zur Wahrheit ist, wie die Elemente von wissenschaftlichen Aussagen aussehen, Begriffe, Aussagen selbst und was man aus ihnen bastelt, Theorien, welche Sorten von Aussagen es gibt, wie man Aussagen auf den Wahrheitsgehalt testet, wie man Theorien auf den Wahrheitsgehalt testet und wie Empirie und Theorie zusammengehen. Wenn Sie das alles gut im Kopf haben und wenn Sie das alles nicht vergessen und wenn Sie das alles beim Lesen von wissenschaftlicher und sonstiger Literatur im Hinterkopf behalten, dann hat Ihnen das Studium der Sozialwissenschaften schon an dessen Beginn eine ganze Menge gebracht. Und wenn Sie auch noch Freude daran haben, auf solche Weise über Wissenschaft und das, was man über soziale Wirklichkeit sagen kann, auf diese Weise darüber nachzudenken, dann haben Sie den entscheidenden Schritt hin zu einer Sozialisation als Wissenschaftler gemacht. Und wenn es Ihnen Spaß macht, auf eine nicht alltägliche und folglich bessere Weise über Politik und Gesellschaft nachzudenken, dann haben Sie wohl eine Anlage zur Begabung, ein Sozialwissenschaftler zu sein. Also teste jetzt jeder sich selber und entwickle jeder und jede die entsprechenden Fertigkeiten. Was ich dazu beitragen konnte, habe ich versucht zu tun. So, alles Gute für die intellektuelle Zukunft.